Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen heute wieder zu einem ganz spontanen Charity-Video. Ihr habt es ja alle mitbekommen in den Nachrichten, es waren ja recht heftige Unwetter unterwegs und in Brunsbach, da hat es richtig böse zugeschlagen und da hat es wirklich dieses kleine Dorf in Schwäbisch-Gmünd kurz und klein geschlagen und die Stadtverwaltung hat jetzt sogar ein Spendenkonto einrichten müssen, um den immensen Schäden bei den Leuten etwas helfen zu können und wer meinen Kanal verfolgt, weiß, dass ich immer wieder bei solchen Aktionen dabei bin. In meine Spezialkiste greife, die dank ordentlichen Sponsoren immer gut gefüllt ist und da werde ich jetzt gleich wieder was rausholen und auf die Reise schicken. Diesmal wird es aber ein bisschen anders laufen, aufgrund von Zeitgründen wird es diesmal keine Versteigerung im üblichen Sinn geben. Hat es die letzten paar Mal auch immer ein bisschen Stress verursacht, da es manchmal ein paar Spaßbieter dabei waren. Manchmal machen sie sogar die Mühe, legen extra YouTube-Accounts an, um da mitbieten zu können, um sich nie wieder zu melden und um Angebote kaputt machen. Darum werde ich es dieses Mal einfach gleich sofort zu einem Festpreis anbieten und wer scharf auf so ein Set ist, soll mir bitte gleich Bescheid sagen und dann bekommt er es und nach Zahlungseingang verschicke ich es dann. Also es wird hier zwei coole Victorinox-Sets geben, fangen wir mal mit dem kleineren rein an. Gesponsert übrigens, alle Messer, wieder von der Firma Altron, kennt ihr schon, die kleinen, ne? Kommt diesmal aber mehr dazu, darum gibt es hier nämlich Set Nummer 1 ist ein niegelnagelneues Pioneer X. Kennt ihr ja, ne? Aus der schönen Pioneer Serie, drei Layer, Silber, Alu, niegelnagelneu. Die üblichen Verdächtigen, bloß eben auf dem mittleren Layer, jetzt neu mit Schere. Das ist im Set 1 Pioneer X. Dazu kommt ein Classic mit rot-transparenten Griffschalen, hinten mit Werbung drauf von Altron. Und es gibt noch ein Original, super seltenes, super wahnsinns Rarität, nämlich ein von Stefan 123-321 höchstpersönlich geknüpftes Lanyard mit coolem schwarzen Skull mit roten Augen in coolem schwarzen Nato-Oliv. Das gibt es auch noch mit dazu. Das ist Set Nummer 1, also Pioneer X, Victorinox Classic und ein Stefan 123-321 Lanyard. Für dieses Set veranschlagen wir Fähre, einfach Neupreis vom X. Da hätte ich gerne 45 Euro für das ganze Set. Porto geht auf mich. Set Nummer 2 beinhaltet ebenfalls wieder ein Original Stefan 123-321 Lanyard. Wieder ein kleines Victorinox Classic mit rot-transparenten Griffschalen mit Altron-Aufdruck. Und hier haben wir ein Victorinox EvoWood S557. Das Vorstellungsvideo dazu kommt, glaube ich, erst morgen oder übermorgen. War eigentlich nicht geplant, dass es wieder so schnell auf die Reise geht. Aber die Zeit drängt jetzt eben. Das ist ein ehemals Wenger Modell von Victorinox überarbeitet mit großer Klinge, Feststellklinge, Nagelwerkzeug. Wir haben die coole Zange, größenverstellbar. Wir haben hier einen Kreuzschlitz drin, einen kleinen Maulschlüssel. Wir haben die coole Wenger Schere. Die hat sogar eine ganz feine Mikro-Sägezahnung vorne. Und natürlich die stabile Ausführung. Und die beiden üblichen verdächtigen Dosenöffner, Flaschenöffner, Rückseite, Stechbohrnähahle, Korkenzieher. Und das Ganze in wunderschönen, braun, dunkelbraun gemaserten Nussholzgriffschalen. Das Teil kostet neu auch so um die 85 Euro. Ist neu, stammt ebenfalls direkt aus dem Shop in Ibach. Und auch für dieses Set, Wenger Evowood S557 Plus, kleines, classic und ein Lanyard, hätte ich gern 85 Euro. Also das Pioneer X-Set 45, das große Evowood Set. Ihr könnt ja mal einfach im Hintern nachschlagen oder ich hänge den Link drunter zu beiden Artikeln. Evowood S557. Könnt ihr euch nochmal alle Werkzeuge in Ruhe anschauen. Das Pioneer für 45 und das Evowood für 85, jeweils mit Stefan Lanyard und einem kleinen Classic. Wer ernsthaft für dieses Set Interesse hat, meldet sich bitte bei mir. Machen wir schnell eine Paypal-Geschichte oder eine Banküberweisung. Brauche ich eure Postschrift? Dann geht das raus und dann mache ich wieder eine kleine Spende eben für diese Hochwasserkatastrophe auf das Spendenkonto der Gemeinde Brunsbach. Euch sage ich schon mal Danke fürs Mitmachen, fürs Support und vielleicht fürs Videoteilen. Und Richard von Altron, herzlichen Dank für die Spende von den Victorinox Messern. Stefan, für deine Lanyards. Sind immer super cool und heiß begehrt. Und ja, ja Leute, Brunsbach, halle die Ohren steif. Ich hoffe, der Tropfen auf den heißen Stein kann dem einen oder anderen gleich ein bisschen helfen. Also, danke für euren unendlichen Support, auch immer bei den ganzen Charity-Aktionen. Und wir sehen uns jeweils wieder beim Hilbidi auf dem Kanal zum neuen Video. Also, ciao Leute. Macht's gut. Bye, bye. Ciao.